ARD Text im Auftrag von Funk Yo, drück mal STRG U, ist auch ganz witzig Oh mein Gott, ich seh gar nichts mehr Wäre geil, wenn das so funktioniert wie ALT F4 Das ist wie ALT F4 nochmal Severy, wie wär's mit Severy? Ne, wie wär's mit Shelter? Als ALT die Schnauzes Severy, Severy, Severy Ja, ja, das klingt sehr schön Du guckst weiter von hinten, ich guck weiter vorne So, hat er ausgenockt? Oh, haha, alles tot Alles tot Alles tot Alles tot Geil Ich kann ein paar vier Versuche rauschmeißen, ich nicht brauche, ne? Ja, ich hab eh noch einen für mich in Reserve Falls der mal von der Machtverfolgung geht, ne? Äh, ja, aber zurück Ich hab jetzt auf meine AKM ne Zweifachsucher gepackt, weil ich den Nahrkopf ersetze, ne? Hier, ne? Okay, bleib, 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 bleib So, ich geh mal Richtung Berg Oder ich lass mich jetzt erschlagen Ich würd's irgendwie, ich würd's immer noch gerne testen Für YouTube, für die Aufnahme Auto kommt, Auto kommt Du kannst looten, 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 looten Warte, er schlägt aus, er schlägt aus M24 ist der, ne? Geile Sniper, brauchen wir gleich, aber Ich hab die Munition genommen, weil ich hab die Waffen nicht dafür auch Ja, oben, der Typ ist oben What? Fuck, fuck, fuck Guck mal an Berg Ich hab's verkackt Den in oder nicht Ich versuche an der Gunst des Nebels abzuhauen Ich will diese Sniperwaffe haben Die ist noch drin, aber die Munition hab ich nicht Ja Ich hab das Geld und ne AKM und ich würd die gerne beide behalten Was hast du? Ja Sorry, da kann ich mir wegfahren, warte ich hab Er pusht mich, er pusht mich, er pusht mich Er ist tot Ah War ich eingestellt Ich muss aber ein bisschen aufpassen, nicht zu krass fahren Wir müssen auch nicht den ganzen Weg, äh Ja, fahr ich mal da nach rechts in den Bäumen und dann laufen wir Ja, teilweise übersiehst du die Leute so sehr. Bei mir siehst du das Auto. Ja, bei mir siehst du das. Und zwar wenn du jetzt so guckst wie ich, so dass der Pfeil ganz knapp auf 105 ist, dann siehst du hier rechts am Bildschirm diese Baumreihe, ne? Ja. Ah doch, ich seh's, ich seh's. Da ist das Auto. Oh, ich seh da keine Leute, ne? Die sind dann schon wie in Deckung gegangen. Auf die Reichen schieße ich jetzt nicht. Zwar hört, würde man dann bei der Schüssel kommen hören, aber... Zurück? Ich hoffe jetzt nicht bei uns. Hat ein bisschen blöd. Oh Gott. Alter, macht der jetzt noch Masterbook der Creme oder was? Schreib mir einfach in 8 Nachrichten. Auf Discord. Ich move ihn jetzt nicht. Wenn die Leute sehen, sollte am Anfang erst ich schießen, weil ich halt den Schall dann fahre. Ja. Die Zone ist da, ist hier keine Bewegung. Oh, perfekt. Sollen wir hier fallen? Ja. Das ist eine gute Pose. Aber halt, wir haben den Berg nicht so ganz im Überblick, ne? Ja, aber... Komm kurz hoch. Jetzt weiß ich nicht, ob das jetzt ein Schatten war oder ein Spiele. Ich höre was. Ja. Moped, ne? Ja, irgendwo links von mir. Ja. Das höre ich auch nur, wenn ich in deine Richtung gehe. Ich sehe es aber nicht. Das beim Flugzeug, glaube ich. Haar. Ich sehe es. Ich sehe die Leute. Ja. Äh, Richtung Norden, müsste es sein. Bei so einem Stein, bei so einem fetten Stein. Sie sehe es. Sie sind in so einem fetten Stein. Keine Markierung. Also ich kann sie markieren. Auf der Bereich, glaube ich. Nee, warte mal. Ich bin hier. der bereich glaube ich so ja es ist ab und zu mal da verdammt so blöd von mir war das jetzt ein fehlschuss oder also ein nervöser Finger oder was war das? ich hatte kurz seinen Kopf im Visier wir sind nicht in der Zone drin aber ich sehe Schalke begrenzt ich weiß ja nicht von wo er kam versuche mich mal von hinten anzuschleichen nein wir haben nichts gezeigt das ist nicht in der Zone ja bei denen am Stein meine ich halt ne bis wir die holen können ja aber wir sollten nicht zu denen hin das wird zu lange dauern kommen die fahren eh jetzt weg Vorsicht ich glaube die kommen zu mir ja ok lass sie ok wir müssen aber jetzt in deren Richtung laufen die laufen da so direkt ist der Loot vor uns aber den Erdruckverkehr ignorieren wir nur die Frage ob wir mit raus schießen können ja wir müssen aber erstmal die Zone rein das können jetzt überall Leute sein wir wissen dass wir schon mit das war ein Zweierteam aber die kämpfen wahrscheinlich die gerade mal sehen ob wir uns da schön einmischen können ja das Team ist gerade tot also eher du ne wegen Kali ja ich guck grad noch mal ein bisschen nach hinten nach Bewegung oh wie geil das jetzt wäre wenn ich sehen könnte ob jetzt genau hinter dir links quasi da noch was ist oder geht die noch ein bisschen runter ne ja vor uns vor uns zwei Spieler einer wurde was ist vor uns ok 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 ja ich hatte direkt und es kommt ja einer wenn es auch er ist und ich habe gesehen ok 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 um auf der ebene er läuft auf den stein zu großen stein läuft dazu okay ein einzelner das heißt jetzt vor uns vor uns beim stein schieß drauf hinterm stein den haben wir den haben wir kommen hat die linke ecke mit dem visier ich hole mir den von rechts hat er wie oft lebt er denn noch? oh fuck das leckt das leckt das leckt ok ist tot alter, der nervt nicht es hat in dem moment gerade mega gebraucht zu lecken also der ist vor mir herumgesprungen vor mir also von links nach rechts alter, der typ der war aber echt boosted weil ich habe den so oft getroffen hm, wie lebt er noch? juhu, wie hast du geklappt? das hinchen, das gönnen wir uns auch heute also können wir im klima sagen dass wir gerade hinziehen gegessen haben, ok auch mal das hinchen, das hinchen, das nicht mehr als ein video doch dann die